Hallo YouTube, willkommen zurück bei The Walking Dead. Ich habe eine Armbrust, endlich, meine Fresse, ich warte schon so ewig auf diese Armbrust und die hat sogar ein Seelenfernrohr, aber das ist nicht so wichtig, denn wir sind in der Bar, wo Merle die ganze Zeit hin wollte, weil er seine Medikamente holen wollte, also Drogen und so Zeug, und jetzt haben die, die diese Drogen hatten, mich bewusstlos geschlagen, mich zurückgelassen, in dieser Bar, ich hatte keine Waffe, habe jetzt eine Armbrust und jede Menge Zombies strömen wahrscheinlich jeden Moment in diese verdammte Tür rein und deshalb jede Menge Action. Ja, okay, bewegt dich bitte nicht. Boah, komm. Okay, das ging daneben, nein. Okay, ich habe keinen getroffen. Ah, das ist, jetzt habe ich keinen Bolzen mehr. Ah, jetzt sind es schon zwei, okay. Nein, 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 nicht anfassen. Uah, nicht anfassen, habe ich gesagt, Freundchen. Komm. Okay, am besten zielt man gar nicht, sondern hält einfach drauf. Jetzt brauche ich noch ein paar Bolzen. Wo sind denn jetzt alle Bolzen denn? Oh, scheiße, die haben einfach alles mitgenommen. Ja, die haben mich noch mit beraubt, falls ich das nicht gesagt habe. Und deshalb, ja, sieht es wenig schlecht aus. Ich meine, ich bin eigentlich Optimist, aber es sieht scheiße aus. Oh, das nächste Mal stehe ich hier hinten und... Okay. Folgen Sie der Gang durch den Schnapsladen. Dazu müsste ich wissen, wo der Schnapsladen ist. Ah, Schnapsladen gefunden. Okay. Ich komme nicht über... Ah, gut. Ah, ich vollpfosten. Das kann nicht jeder. Okay, eine Flasche. Aber das Jagdmesser habe ich auch noch. Das ist gut zu wissen. Okay, Flasche. Ich brauche dich. Verarscht. Okay. Gib mir ein Bolzen. Moment. Bolzen. Oh Mann. Ansonsten hat sie ja nicht gerade sehr viel zu holen. Das ist scheiße. Du bist sicher tot. Und du glaube ich nicht. Okay, doch. Du warst auch tot. Und man kann nie sicher genug sein. Hast du mein Bolzen gefressen? Gib mir ein Bolzen. Gib mir ein Bolzen. Oh Mann. Mann, die... ...woh... ...die... ...ballern hier herum. ...die holen jeden verdammten Beißer zu sich. Okay, ich höre auf damit. Auf... ...zombies zu schießen, die... Was hast du denn? Wolltest du das Versteck spülen, was? Ne, ne, Freundchen. Wenn... Ey. Hier ist dieser verdammte Arsch. Bolzen. Okay. Ja, der Typ lecker. Was? Äh, warte. Was? Fuck, ich bin tot? Oh Mann. Shit, das haben wir nicht gesehen. Sorry, YouTube. Aber das... ...hab ich dich nicht... ...gesehen. Pfff. Zwei Schläge und... ...woher kam der überhaupt? Und... ...wieso? Pfff. Hab ich den nicht bemerkt? Pfff. Naja. Sie sind vielleicht schneller als ich weiß, aber denen geht die Puste nicht aus. Wie wahr? Dich Messerich zu Tode, mein Freund. ...wieso? Oh. Hab ich den Bolzen hier bereits? Nein. Oh, der Bolzen ist jetzt einfach weg. Schade. Mach ich zu. Sonst kommt irgendein... ...blöder Zombie auf die, die mir zu folgen. Ah, du bist der ja. Komm einfach hin, halt mich. So ist gut. Wo ist hier ein Land? Uh. Was du es? Der mich vorher... Naja. Egal. Okay. Du bist Mause. Und du bist tot. Ähm. Sind ja ein paar Leute... ...entlang gekommen. Ich geh mal hier lang. Weil es in einer... ...sackgasse endet. und na, Bolzen wie geil ist das denn ok danke fürs liegen bleiben Madame du wärst da in der Reihe oh oh so, danke nicht umdrehen Träunchen immer schön an die Spielregeln halten ups au, falsch entschuldige oh oh so so wäre oh ah bleib liegen danke danke versorgungsration super duper und sonst nichts das ist nicht so super versorgungsration gib es mir okay okay drei zombies N1-2 Ist auch gut, umso besser Bleib liegen, Freundchen Klar soweit Okay Kann ich hier einfach Oh, was liegt da? Im Moment könnte alles super nützlich sein Okay Nicht umdrehen Bolzen Monitieren Oh Hier liegt Komisch Hier Okay Die fühlen sich aneinander Okay Lass ich die zwei Turteltaubchen In Ruhe Ne Wo gehts denn Ich hab's geahnt Hier mache ich lieber zu Ich leide an Paranoia Ich leide an Paranoia Da weiß man nie wenn Oh Oh Super Wo ist bloß Merl wieder? Ich hab die Tür kaputt geschossen Ich hab die Tür kaputt geschossen Mit einem Pfeil Mit einem Pfeil Und dazu kommt noch Dass ich durch den anderen Typen durchgeschossen habe Komische Pfeile sind das Komische Pfeile Ich hab die Tür kaputt geschossen Hast du ein Baseball-Cat? Nein Okay, zum Glück funktioniert sie noch Lebt einer von euch? Nee Du lässt dich wohl nicht beim Essen stören Wenn die anderen hier so Herumballern Okidoki Liebst du? Okay Was? Oh Oh Nicht hier durchkommen, oder? Oh man Wo ist denn die scheiß Tasche? Ich glaube ich muss hier rennen Ah, drücken sie zum schließen Das bringt mir aber nichts Ich kann sie leider nicht durch... Ah doch, mit dem Fallen schon Vielleicht Ja gut Wie viele sind das? Eins, zwei Drei, vier Und ich habe drei Und ich habe drei Weißt du was? Dann erledige ich zuerst der Am weitesten entfernten Hoffentlich bleibt dir die Tür zu Hoffentlich bleibt dir die Tür zu Und ich muss nur noch treffen Okay, den fällt es gar nicht auf Du machst mich nervös, Freundchen Das Auto ist tot, es bewegt sich nicht mehr Okay, Planänderung Ich töte die einfach so hinterrücks Ich töte die einfach so hinterrücks Jetzt, wer hat einen Fall? Oh, ich dachte schon das wäre mehr Oh, cool Cool, cool Ich hätte viel lieber... Was? Wo? Wer? Oh nein Ne, 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 ne Ne, und ich? Das ist jetzt dumm Boah, willst du mich verarschen? Ja Ja, lauf so herum Das ist Super Ah fuck, ich habe keine Schüsse mehr Das ist nicht so super Vielen Dank Boah, cool Ich muss nur immer beide miteinander erwischen Oder mein liebenswertes Rohr Das ist natürlich Ey, kommt ihr auch noch, oder? Ne Oder doch Mann, das sind verdammt viele Sind fast zu viele, um einfach so drauf zu dreschen Hab ich eigentlich alles schon angesammelt? Ne Ich treffe die Woffe nicht So, dankeschön Bolzen So Habe ich jetzt alles angesammelt? Ich glaube schon Hier mache ich noch zu Oh 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 Jetzt darf mich einfach keiner Okay Hier mache ich auch noch zu So, jetzt habe ich auch alles angesammelt Na dann kann sie weiter gehen Na dann kann sie weiter gehen Aber auch so gar nichts Aber auch so gar nichts Ha Außer die Schropflinte natürlich Aber die lasse ich liegen Die den Fremdling angreifen Die den Fremdling angreifen Was für ein Fremdling? Ah, den da Ja, klar Es sind ja nur 100 Okay Ich entscheide mich doch Die Schropflinte mitzunehmen Ach ne, ich habe ja eine Pistole Für was brauche ich dann die Für was brauche ich dann die Schropflinte So Wie mache ich denn das jetzt? Das sind ja nur fünf Oder so Ja, warte Ich kann gleich mit dir reden Oh 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 okay Okay Nee, geh weg jetzt Oh Ihr seid mühsamer als ich dachte Aber ihr seid nicht unbesiegbar Okay Freundchen Was ist dein Problem? Aber wo ist das Beine, die du mir als Donner Tch Wir haben noch nicht auf einen Tag Was? Gib einem Mädchen einen Rennen Und wir sprechen Let's go Bevor ich meine Meinung Ah, jetzt bin ich einmal rundherum Okay, Mike ist zurückgekommen Juhu Er hat überlebt Das ist super, er hat sogar noch fünf Treibstoff mitgenommen Das ist noch superer Niemand kriegt Müll Klein, das stimmt Hat was Ich hab kein neues Auto Und der Typ Ist auch noch hier Das ist super In diesem Sinne Beende ich diesen Part Danke fürs du sehen Und macht's gut YouTube Ciao Teil Ein Deal Von Tömer Die die Dose Prens Die boy What Gere